Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren eBay Sonntag. Ich habe die Woche mal wieder Beschwerden erhalten über eBay Kleinanzeigen. Ich blende das mal hier kurz ein. Genau, könnt ihr kurz durchlesen. Ja, das ist sozusagen eine mystische Kaffeespirale. Es ist keine Milch, was da drin ist. Deswegen nicht wundern, wenn ich gleich etwas rumschreien werde. Und die Leute, die schicken mir sowas mit dem Appell, dass ich Sonntag mal wieder auf eBay aufräumen soll. Da ist die Frage, wie räume ich jetzt am besten auf? Mit Kaffee und mit Sonntagsbratkartoffeln, mit fünf Eiern, wo kein Eigelb drin ist, sondern nur das Eiklar. Hier nochmal zum Beweis, weil das Eigelb, ja, das muss nicht sein. Ich esse täglich fünf Eier und so. Und wenn ich jetzt täglich fünf Eigelb mit dazu essen würde, ich weiß auch nicht, da habe ich irgendwie Angst, dass ich irgendwann selbst zum Ei werde. So, ja, ich bin bereit. Okay, ja, ich habe gesagt, ihr solltet euch nie wundern. Oh, ich habe irgendwas am Nacken. Oh, irgendein Insekt. Ich habe es nicht totgekriegt. Egal. One, two, drei, drei... ... ... ... ... ... ... ... ein süßer wurm auf vier beinen bist du ein wurm bist du ein wurm ich bin der hallo ich melde mich wegen ihrer ebay klein anzeige dem warten so einen kleinen moment ich bin gerade dabei erstmal den leuten zu erklären was ich überhaupt darstellen will und zwar der warme westen schmetterling ich bin quasi ein sommer schmetterling der die leute vor einer massiven hitzewelle namens jürgen nächsten nächste woche vorwarnen will aber jetzt erst mal zu ihrer ebay kleinanzeige es geht um ein holzbild und um ein antikes holzbild ich melde mich wegen einem antiken holzbild da ist eine harley-davidson drauf im motorcykel club das ist eine ebay kleinanzeige da habe ich einfach die nummer angerufen harley-davidson motorcykel club also ich bräuchte das bild auf jeden fall für meinen eigenen motorrad club die sender angels holzbild circa 40 mal 60 sehr guter zustand bei fragen gerne melden ich bin die bedienung ich gebe jetzt einfach mal der vorname ist rüdiger naja das macht nichts also ich würde mal vorschlagen sie müssen sich auf jeden fall nächste woche vor dieser massiven hitze schützen ich weiß nicht wie alt sind sie warum soll ich mich davor schützen na der lauterbach der hat gesagt die alten leute die müssen sich schützen und sie klingen ja auch nicht mehr wie die jüngste ich bin verrückt aber ich möchte die leute auf jeden fall vor der hitzewelle warnen wenn die wenn die diese hitzewelle jürgen nennen dann muss es wirklich was gefährliches sein das klang gerade wie erwiesen ja ja servus ich melde mich wegen ihrer ebay kleinanzeige der gitarre von sehr gerne naja also ich verstehe nicht was genau die immer mit ihrem yamaha haben also es gibt ja auch soundboxen von yamaha das was mit musik zu tun ist das musikalische begriff yamaha okay gut okay dann versuche ich mich wieder zu beruhigen eigentlich habe ich schon erinnern ich habe noch nie drauf gespielt ich brauche neue inspirationen eigentlich wollte ich ihnen nur einen schönen sonntag wünschen und wir sitzen jetzt mit der gitarre aus irgendwie muss man das eine lösung finden aber ja ich rufe nicht deswegen an sondern eigentlich wegen was ganz anderem naja das ist ein bisschen schwierig auszusprechen das handelt sich um ziemlich kranke scheiße ich habe den anschluss verloren das ist ich muss mich wieder sammeln die wärme macht mich jetzt schon fertig tut mir leid ja alles klar nochmal servus servus ich melde mich wegen ihrer schlafcouch ja 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 ebay kleinanzeigen macht mich langsam sehr sehr wahnsinnig wie bitte danke gleichfalls mich macht es auch wahnsinnig ja das problem ist welche art von wahnsinnig so manche dinge machen mich wahnsinnig geil manche machen mich wahnsinnig wütend und ihre couch macht mich schon wahnsinnig wütend naja ebay kleinanzeigen könnte so eine kreative plattform sein und da stellen leute einfach mal eine schlafcouch rein ja was möchten sie jetzt von mir irgendwas kreatives wollen sie vielleicht mal was anderes rein stellen und da zur abwechslung irgendwas anderes muss es denn immer eine schlafcouch sein oder so servus ich melde mich wegen ihrer ebay kleinanzeige dem gesunden paar tauben ja genau also wegen wegen dem gesunden tauben paar ja welche na die zwei gesunden die sie verkaufen möchten die tauben ja diese schwarze meinen sie ja die also die die gesund aussehen also quasi haben sie noch andere tauben haben also haben sie noch andere tauben ja habe ich meine tauben ich habe ein paar stück wie hier war ein stück wie viel paar paar ah ja okay ja da habe alles gesund was heißt denn gesund gesund ist nicht krank erleben die tauben noch oder sind die quasi tot die leben jetzt verstehe ich erstmal hier wo der hase lang läuft ja lebende tauben die würde ich gerne bei mir zu hause halten ja ja das problem ist halt ich habe sozusagen naja also ich weiß jetzt nicht ob meine wohnung wirklich tauben gerecht ist können sie da ich weiß nicht wie richtet man das in der wohnung ein um bei sich tauben zu halten bei zu hause ja wann waren das sind sie sind das tauben im hintergrund kann ich mal die tauben hören ich habe die gerade bei ihnen im hintergrund gehört ja ich bin jetzt gerade bei meinen tauben kann ich mit ihnen sprechen soja ich bin mir ein bisschen unsicher also ich würde ich würde gern das experiment in angriff nehmen bei mir zu hause tauben zu halten aber ich weiß halt nie dass das tier wohl es muss ja dann gesichert sein und ich hantiere ab und zu mit einer kettensäge ich weiß nicht sind die lärmempfindlich die tauben ich hantiere gelegentlich mit einer kettensäge ich weiß nicht wie wie lärmempfindlich denn die tauben sind oder wir reagieren die tauben auf technomusik was suchst du ich suche tauben die aber du suchst tauben hast du gekifft oder jetzt was nein ich möchte tauben bei mir zu hause halten ja aber du sagst tauben kann tanzen oder technomusik technomusik na wenn ich rave dann will ich dass es in tauben auch dabei gut geht ich weiß aber nicht wie ich glaube du hast jetzt gerade etwas hast du gelogen oder hast du gekifft ich habe nicht gekifft ja möchtest du kaufen oder willst du so ein bisschen nein im endeffekt will ich einfach frei wie die tauben sein und wenn ich sie bei mir zu hause halte dann lerne ich wahrscheinlich ein freier mensch zu werden ja tauben ist gute viele willst du einen kopf einfach ja ich würde auf jeden fall ich muss halt erstmal gucken ob die tauben was ist wenn die sich bei mir nicht wohl fühlen kann ich die dann auch zurückgeben oder soll ich den einfach frei lassen ja das bedeutet auch keine stadt tauben sonst hätte ich jetzt ein riesiges geschäft gemacht sie haben mich jetzt quasi auf die idee gebracht einfach willkürlich tauben zu fangen und dann zu verkaufen der taubenhandel das ist eine junge ich werd reich mit reich mit tauben ich bin sie jetzt sie sind sie sind gold wert sie haben mich gerade auf eine riesige ich komme aus dresden ich habe jetzt viel zu tun der taubenwave der taubenwave wird nach dieser ihre kleinanzeige kommen ich bin ich sie haben mich gerade so verrückt glücklich gemacht ich liebe sie ich liebe sie hast du dich gekifft oder hast du nein ich habe ich habe einen ganzen boddisch kaffee getrunken oder bist du besoffen ne kaffee kaffee koffein koffein ist das ist die neumodische droge oder hast du traumatisierter koffeinschanky nein kein russe nein kein russe Gottes willen ich habe mal mit einem russen der hat steroide genommen mit dem habe ich damals in einer wg in gorwitz gewohnt das ist kein scherz schau dort an alexei falls du das sehen solltest der hat mich mal fast erwürgt auf seinen steroiden weil ich immer besoffen die große fresse zu denen hatte das sind wahre geschichten in gorwitz das waren zeiten ja alles gut ich will sie gar nicht weiter belästigen ich bedanke mich einfach nur dass sie mich auf die idee gebracht haben ciao machs gut ciao danke grazie 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 Das war's für heute.